Nummer 5 Der Chipkartenleser von Gemalto ist ein hervorragendes Gerät für alle, die Chipkarten verwenden müssen. Mit seinem langen Kabel bietet er eine größere Freiheit bei der Positionierung und ermöglicht ein bequemes Arbeiten ohne Einschränkungen. Der kompakte Leser eignet sich perfekt für den Einsatz mit CNS, CRS und G-Chipkarten. Er unterstützt die Protokolle T ist gleich 0 und T ist gleich 1 und gewährleistet damit maximale Kompatibilität mit allen auf dem Markt erhältlichen Chipkarten. Die Installation des aktuellen Treibers ist denkbar einfach. Laden Sie ihn einfach von der Website des Herstellers herunter. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 4 PocketMate ist ein unglaublich vielseitiges und leichtes Produkt, das Ihr Smartcard-Erlebnis revolutionieren wird. Mit einem Gewicht von nur 12 Gramm ist er ein idealer Begleiter, den Sie überall hin mitnehmen können, sei es in Ihre Notebooktasche oder in Ihre Hosentasche. Was ihn noch erstaunlicher macht, ist seine Kompatibilität mit einer breiten Palette von Smartcards. Er ist für die beliebten CNS, ICRS und G-Contakt-Chip-Chipkarten ausgelegt. Es unterstützt auch ISO 7816 Klasse A, B- und C-Chipkarten mit T ist gleich 0 und T ist gleich 1 Protokollen. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 3 Der OmniKey 3121 HID-Chipkartenleser ist eine hervorragende Lösung für alle, die nicht an der kontaktlosen Technologie interessiert sind. Dieses Gerät ist perfekt für kontaktbehaftete Chipkarten, wie sie für Online-Banking, den Zugang zu öffentlichen Diensten, E-Mail-Verschlüsselung oder digitale Signaturen verwendet werden. Eines der interessantesten Merkmale dieses Lesegeräts ist die automatische Erkennung der Chipkarte und die automatische Abschaltung, wenn sie nicht benutzt wird. Das bedeutet, dass sie sich nicht darum kümmern müssen, das Gerät manuell ein- oder auszuschalten, sondern einfach die Chipkarte einstecken und es benutzen können. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 2 ISO 14443 Typ A und B Feli Zirka und die vier Arten von NFC Eine der interessanten Eigenschaften dieses Lesegeräts ist die Fähigkeit, elektronische Identitätskarten 3.0 zu lesen, was den Benutzern einen einfachen Zugang zu öffentlichen Verwaltungsdiensten ermöglicht. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 1 Der HID OmniKey 5022 ist definitiv das beste elektronische ID-Kartenlesegerät auf dem Markt. Mit seiner kontaktlosen Technologie und der Fähigkeit, die Qi zu lesen, ist er perfekt für alle, die einen einfachen und effizienten Weg suchen, um auf Online-Dienste zuzugreifen. Aber es ist nicht nur ein elektronisches Ausweislesegerät, es ist vielmehr. Er verfügt über eine fortschrittliche elektronische Unterschriftsfunktion, die Ihnen den Zugang zu öffentlichen Verwaltungsdiensten ermöglicht. Diese Funktion ist besonders nützlich für diejenigen, die sicher und zuverlässig auf diese Dienste zugreifen müssen. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung.